Ja, es kommt noch was geil. Ja, es kommt noch was. Ja! Supergeil, erinnert mich voll an die alten McSpain Games. So gut einfach. Ich kann meine Bälle jetzt. Cash? No problem. Du hast die Singles? Get back in line. Sie sind hier. Good job, Murphy. Ich denke, du hast jemanden vergessen. Officer Lewis, du warst. Soot ran off with his tail between his legs. Would have been nice if we caught him, though. All right, all right. Are you done with this circle jerk, huh? Good. We've got a problem. The malfunction caught on camera provokes a question. Can we put our safety into the hands of a machine? Especially one as unreliable as Robocop. We asked Max Becker, the head of security concepts at OCP. Now, quiet! We would never put a defective product on the streets. That's not what we do. We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Does it really know right from wrong? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had him. This was just an isolated glitch. Thank you. Mr. Becker, I've got more questions. I just want to snap her little neck. But she's got a point. This was not an isolated incident. It's a pattern. A pattern that the old man wants examined and fixed. Time to see what's hiding in that metal head of yours. We know what's in Murphy's head. It's what's in yours that worries us. Push me, and you might just find out. You, follow me. Ich mag ihn immer noch nicht. Everyone is dismissed. And Louis, I need your report on the TV station incident. On the double. On it, Sarge. Ich will mal ein bisschen Emotionen reinbringen hier. So, bevor ich da hingehe, schauen wir uns ein bisschen um. Ich muss zum Beispiel auf den Bildschirm gucken. Kann man das lesen? Wir können... Today is NA. Today is not available. Äh, available. OCP Personal Terminal Version 128 bla. Command... Blablabla. This directory is currently unavailable. Please contact null. Da funktioniert ja gar nichts. Command clear, system ready. Hä, da geht ja gar nichts. Der arbeitet gar nicht. Der ist so produktiv wie wir alle. Oh, und der hat... Oh, zwei Fünfeviertel-Laufwerke. Nicht dreieinhalb, sondern sogar noch Fünfeviertel. Der hat noch Floppy Drives. Und er nicht. Der hat keine Floppy Drives. Der hat eine Schreibmaschine. Muss man heute Leuten erklären, was das ist. Genauso wie die Dinger hier. Äh, die Safe-Icons. Puh. Oh, schön. Eher das gleiche System. Hier arbeitet einfach niemand. Oh, neues Ziel. Halte Q zum verfolgen. Mit Officer Estimus reden. Wanted. Ich muss mir erstmal alles angucken. Ist eh ne Demo. Ja, wir haben eh nicht so viel Zeit zum Spielen. Also gucken wir uns alles an. Können wir genauso gut überall rumlaufen. Und dann, äh, okay, das ist nichts. Oh, was war denn hier? Bericht zu einem Vorfall. Bericht zu einem Vorfall. Art des Vorfalls vermisster Leichnam. Gemeldet von Nancy McGuire. Beamter, der den Bericht erstellt hat, Michael Briggs. Beschreibung des Ereignisses. Die Leiche des Ehemanns von Mrs. McGuire ist während des Transports zum Bestattungsunternehmen in Hawthorne's Funeral Home verschwunden. In den Unterlagen des Bestattungsunternehmens gibt es darüber hinaus keine Informationen über eine derartige Überführung. Zusätzliche Kommentare. Das ist die dritte Meldung über eine vermisste Leiche in dieser Woche. Wir müssen dem nachgehen. Die bauen eigene Robocops. Die bauen eigene Robocops. Das ist es. Administrativ, okay. Ich finde Kotze sehr okay. Komm mit, du Schmutz. Es ist gute Vodka-Kotze. Die war teuer. Ring ihn nach unten. Ich erinnere mich nicht, zu einem Rollercoaster. Oh, Serverräume. Hi, Murphy. Serverräume sind für mich wie ein Porno. Geil, 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 geil. Fertig. Weiter geht's. Wo ist denn die Zelle? Das ist nicht die Zelle. Look who's back home. Just toss him in one of the empty cells. Hey, Steph. Ich bringe Schmutz zum Haus nüchtern. Viel Spaß mit deiner guten Vodka-Kotze. Ah, finally. Home. Sleep tight. Mach's gut, Turpinator. Schlaf gut. Robo-Pig! Why do you have to spoil our fun all the time, you metal freak? Wow. Deine Animationen sehen aus wie dann ein Bethesda-Game. Mach's gut. Aus der Rhein. Ist hier das Spaßzentrum? Hallo, Kinder. Schießen macht Spaß. Ich werde Versachen. Ich werde verschaffen. Zwei, bitte schon. Mom. Ich werde Versachen. Lade nach, bitte warten Sie. Nicht so schnell, bitte nicht unten werden. Schade, oder 44. Tschau, Leute. Hahaha, suck on this bitch. Könnten Sie mich an der hinteren Hydraulik kratzen? Ich komme da gerade nicht hin. Nur kurz an der linken Hydraulik, über dem Oberschenkel. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Ich vermisse Duschen. Ich schwitze wie ein Schwein unter dieser Rüstung. Aber ich kann nicht duschen. Ich bin nicht rostfrei. Duschen war schön. Oh, eine Seife. Ich hebe sie mal auf. Ich kann nicht. Ich bin nicht zum Bücken konzipiert. Gott damn it, when will this be fixed? Don't hold your breath. OCP isn't looking to spend a dime on our equipment. Aufgesagt an Iris. Kann ich Ihnen helfen? What seems to be the problem? My damn locker won't open. Can you try? Ich wollte eine Schusswaffe ziehen, aber ich lass es lieber bleiben. Menschen sterben schnell. Wait, what is all this shit doing in my locker? They wanted you to be safe out there. Yeah, you guys, very fun. Das ist Mobbing, ihr Hurensöhne. Ich hoffe, ihr sterbt schnell und werdet gehäutet. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Meine Automap funktioniert nicht. Ich mag sie nicht und sie sehen aus wie der Teufel. Ich bin noch ein Schuss. Was ist eine Schuss. Ich möchte die anderen. Ich weiß nicht, das ist. Das ist ein Schuss. Die andere Mannschaft. Ich glaube nicht. Ich werde das einfach wegnehmen. So, hier ist das Problem, Robo. Der alte Mann ist nicht glücklich mit Ihrem Leistung. Insofern zu senden Sie nach dem Schrapp-Yard, wie ich sagte, er will Sie sich schrauben Sie. Hey, schönes Junge. Du wirst sicher wissen, wie Sie an die Frauen machen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Frau, er ist eine Maschine. Er ist schuldig. Wir können alles tun, was wir wollen. Nein, Frau. Es tut mir leid. Physically. So, wir werden Sie mit einem kleinen Monitoring-Cip. Es wird eine real-timee checken von Ihren System, so wir können nach dem Grund, was passiert mit Ihnen. Von jetzt auf, Ihre Leistung wird monitoriert und gradiert. So, es wäre besser auf Ihren Besten-Behandlung. Der Chip ist in. Let's see what we have here. Robocop-Bewertung. Ja, großartig. Alle Hauptziele abgeschlossen. Tausend Erfahrungspunkte. Na, irgendwann kriegen wir was dafür. Sekundäraufträge hatten wir keine. Geheimnis des Fernsehsenders Nummer 1 gefunden. Nummer 2 haben wir auch. Ja, gut. Beweisstücke. Ich habe Beweisstücke gesammelt. Hä? Ich habe doch... Was? Ich. Ich... Ich eskaliere. Ich sammelte alle Beweisstücke, die ich fand. Sicherlich übersah ich eins. Aber das muss doch etwas wert sein. Ich glaube, ich töte alle Menschen. Ich hasse die Menschheit. Warum kriege ich keine Erfahrungspunkte? Ich möchte wachsen als Persönlichkeit. Das ist einfach frech. Das ist einfach frech. Ich habe ganz viele Beweisstücke gesammelt. Das haben wir sogar gesehen. Beweisstücke gesammelt. Beweisstücke gesammelt. Aber hier steht Null. Und die Geisel im Studio waren eh scheiße. Die waren menschlich... Die waren menschlicher Schrott. So, ja. Da habe ich äh... Ethisch, moralisch... Schwierig. Ich mache weiter. Ne B? Nur ein B? Kannst du das beweisen? Ich habe Videobeweise. Ich hinde mir das alles auf. Einfach frech. Fertigkeiten. Jedes Mal, wenn du ein neues Level erreichst, erhältst du einen Fertigkeitspunkt, mit dem du deine Fertigkeiten ausbauen kannst. Durch den Ausbau von Fertigkeiten kannst du deine Effizienz steigern, einzigartige Vorteile erhalten und vorteilhafte Dialogoptionen freischalten. Okay, das ist cool. Drücke K, um den Fertigkeitsbildschirm zu öffnen. Oha. Oha. Ahaha. Kampf. Ich guck mal. Kampf. Panzerung. 0% Schadenminderung. Schild verringert. Gesundheit. 0% Bonus. Gesundheitpunkte. Technik. Chip-Modifizierung. Bonus. Fokus. Dauerfertigkeitszeitlupe. Oh, das könnten wir vielleicht nochmal ein bisschen upgraden. Also generell, alles muss man upgraden natürlich. Scan läuft. Erweiterter Sichtbereich für Ermittlungen. Auch cool. Querschläger. Damit trifft man Gegner, die sich in Deckung befinden, indem man Kugeln von bestimmten Punkten abprallen lässt. Okay, das ist auch sehr, sehr cool. Deduktion. Durch das Scan entdeckst du häufiger hilfreiche Informationen, wie zum Beispiel die Kombination eines Safes oder kannst versteckte Objekte und Räume aufspüren. Auch geil. Psychologie. Verdoppelt die Punkte für das Vertrauen der Öffentlichkeit. Ja, das brauche ich. Einfühlsame Verarbeitung. Ich fand uns sehr einfühlsam. Hebt vorteilhafte Dialogoptionen hervor. Das brauche ich im richtigen Leben. Einschlag. Senkt die Ergebnisschwellen für die Hauptfiguren. Was immer das heißt. Ich habe keine Ahnung. So, Kampf betäubt Gegner in der Nähe für kurze Zeit. Ein erfolgreicher Schlag, der einen Gegner trifft. Okay, okay. Panzerung verringert für kurze Zeit den Ermittenschaden um 80%. Gesundheit. Du kannst Sicherungskästen verwenden, um bis zu 50% an der Gesundheit wiederherzustellen. Ich glaube, das hier ist auch sehr, sehr wertvoll. Technik. Mit dem Spurt kannst du Feinde rammen oder schnell einer Gefahr entkommen. Geil. Code-Knacker. Damit kannst du jeden Safe öffnen, ohne die Kombination zu kennen. Oh, da sind geile Sachen dabei. Deine Reflexe ermöglichen es dir für eine kurze Zeit deine Umgebung in Zeitlupe zu sehen. Auch das mega gut. Ich glaube, sowas hier ändert sogar das Gameplay einfach. Erhöht der kritische Schaden. Auch immer gut. Verbesserte Zeitlupe. Das Eliminieren von Feinden in Zeitlupe erhöht die Wirkungsdauer der Zeitlupe. Alles komplett OP, was ich hier sehe. Voll geil. Was will ich denn? Womit will ich denn anfangen? Mit den Reflexen. Mit dem Spurt will ich nicht anfangen. Gesundheit, Panzer und Kampf. Alles cool. Ich glaube fast, ich möchte die Zeitlupe. Ich meine, es ist nur die Demo. Es ist egal im Grunde genommen. So, Activate. Und wir haben noch... Haben wir noch zwei? Kann ich jetzt hier die Zeitlupe? Jo, Zeitlupe. So. Und einen Punkt haben wir noch. Okay. Und bei Kampf 0% Bonus Waffenschaden. Waffenschaden erhöhen. Auch alles. Auch geil, ne? Ja, hier dauert es noch ein bisschen bis zum nächsten. Wir müssten es vollkriegen für die verbesserte Zeitlupe. Da muss man ein bisschen weiter hoch. 10% Dauer für die Fertigkeit. Ich geh mal ein bisschen auf Damage noch mit rein. 5% sind nicht viel, aber es ist ein Anfang. Jo, dann haben wir. Jo, wir speichern die Fertigkeit. Warte mal. Nein, ich hab Abbruch gemacht. Was? Ich wollte das Menü oben durchgucken. Was? 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 Sorry. My name is Dr. Olivia Blanche. I'm a police psychologist. I specialize in dealing with police officers suffering from emotional trauma. Emotional trauma. Emotional trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. OCP wanted to see if you'd be willing to have a talk with me as part of your evaluation. I noticed that a great deal of care has been put into making sure that your mechanical components work. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side. Your brain. Ich hasse den Chef. I agree. If it was up to me, I'd remove it altogether. What do you think, Doctor? It would save us a lot of hassle. I don't mind the hassle. So what do you say, Officer? Is that possibly something that could be of interest to you? I am not sure. Robo, read once everyone in the briefing room in five. It's about the new guy. Excuse me, Dr. Blanche, but I am needed elsewhere. But we... Oh, alles wie damals. So, warte, ganz kurz. Ich gehe nochmal ganz kurz hier, äh, Option Tutorials. Wie komme ich denn... Hier ist es, ne? Die Fertigkeiten. Ich mache nochmal schnell, äh, den Fokus. Den wir jetzt nicht genommen haben. So, hier rein. Und wir wollten... Oh, Psychologie. Hätte ich auch voll Bock drauf. Geringere Anforderung für Dialogoptionen. Psychologie auch voll interessant. Aber ich mache mal ein bisschen mehr Damage. So. Äh, zurücksetzen auf keinen Fall. Ich wollte hier nochmal durchgucken. Wir übernehmen das. Karte wollte ich mir mal angucken. Ich wollte mal das Menü ein bisschen durchgucken. So, Deduktion auch mega interessant. Okay. Das sieht auch so cool aus. Das sieht aus wie mit alten ASCII-Codes gemalt. So ein bisschen. Ah, schön. Alles hier gefällt mir. Äh, einzelner Vorfall. Der Angriff auf Channel 9 war ein Versuch der Torchets, die Aufmerksamkeit des Neuen in der Stadt zu erlangen. Eines Verbrecherfürsten, dessen Identität noch unbekannt ist. Suit, der Anführer der Torchets, ist die zentrale Schlüsselfigur bei den Ermittlungen. Nimm in einer Besprechung teil, um herauszufinden, wo du ihn finden kannst. Also ich nehme an, den Suit schalten wir zuerst aus und dann kommt der Neue in der Stadt irgendwann. Abgeschlossene Aufträge, Eilmeldungen. Ein bewaffneter Angriff wurde auf das Hauptquartier von Schnellnein verübt. Die Angreifer, die Mitglieder, Pipapo. Ähm, werden wir alles gescheiterte Aufträge? Polizeiarbeit? Beschlagnahme, das Diebesgut und die Beweismittel? Willst du mich verarschen? Wir haben 200 übersehen irgendwo. Ich bin wertlos. Bitte schick mich auf den Schrottplatz. Ich habe es nicht verdient zu leben. Ich bin nur eine Mikrowelle. Ja, das ist traurig. In der Vollversion darf das nicht passieren. Ortho-Nein. Keine Platine verfügbar. Das wird nochmal spannend, glaube ich. Und Archivbericht zu einem Vorfall. Den haben wir schon gelesen. Tutorials auch nochmal. Okay, sehr gut. Well, I can't say we didn't try. Everyone get back to whatever the fuck you usually do around here. Wäre doch schade, wenn dir eines Tages was passieren würde. Robo. Alex. Sag doch sowas nicht. Ah, der ist wieder. Das ist wieder. Aber ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Erstmal headbangen. Headbang positiv. Mosh, 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 mosh. Jungs, hab ich auch einen Spind. Ich war doch auch mal ein Mensch. Ich träume von einem eigenen Spind. Habe ich keinen Spind. Ja, das ist sad. Wir haben... Ich glaube wirklich, wir sind unser eigener Spind. Ah, es ist so traurig. So. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Murphy, could you please help me out here? Haben die alle kein Zuhause? Jungs, das ist nicht die Suppenküche. Bitte nach Hause gehen. Nach Hause gehen jetzt. Was ist das für eine Scheißfrisur? Heilige Scheiße, hast du einen Spiegel zu Hause? Guck dich doch mal an, wie du aussiehst, um Gottes Willen. Ich dachte schon, ich habe es schlecht ohne Maske. Willst du vielleicht meinen Suppendeckel haben? Den kannst du dir auf den Kopf setzen. Bitte. Bitte. Gott, bist du hässlich? Ich kann es nicht ertragen. Hey, Officer Chessman. Was ist das Problem, Officer? Reed ist in der Briefing Room. Und ich habe meine Hande voll. Es gibt so viele Anfragen, die ich nicht weitergehalten habe. Es wird verrückt hier. Könntest du eine andere Länge ab? Ich bin hier, um die Publikation zu helfen. Ich bin hier, um die Publikation zu helfen. Du bist ein Lebenssaber, Robo. Ich, ähm... Ähm... Ach so, da drüben. Entschuldigung. Kennt mich ja nicht aus, bin neu hier. Neue Reihe öffnen. Ja, äh... Ja, gut. Wird schon werden. Ich habe ein Problem. Meine Nachbar sind aus, die Warden sind aus. Ich glaube, es ist weil sie sehr stolz auf meine neue Kinder. Warum wird sie so gut gemacht, wenn ich sie für eine Wolle genommen habe? Was ist er? Nein, Verwarnung aussprechen. Sie stören die öffentliche Ordnung. Ja, wenn er mal Feuer ruft, stört er die öffentliche Ordnung, oder? Ich meine, ich würde ihm eigentlich sagen, er soll seinen Hund umbenennen, aber wir sind Robocop, also stört er die öffentliche Ordnung. Strafmandat. Ich meine, wir sind Robocop. Ab in den Knast. Der ruft mal die Feuerwehr. Ab in den Knast. Du hast das Gesetz aufrechterhalten. Ja. I know where you can find a wanted criminal. That poster over there says there's a reward for that information. And I want it. I want details. Are you blind? I'm the guy from that poster, so... Here I am. Now, give me the money. I will have to detain you. Fine, but... I still get the reward, right? Ja, sie können auf eine Strafminderung hoffen. Ja, ne? Er hat sich selbst gestellt, er kann auf eine Strafminderung hoffen. Und... Auf ein neues Gesicht. Eventuell. Ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ganz ehrlich. Also... Strafminderung ist aber drin. Er hat sich selbst gestellt. Ja, gute Entscheidung. Ich brauche Einzelheiten. Was ist der Name und Adresse? George Elkins, 7706 Orchard Avenue. Ich brauche dich. Ihr Kind wurde verletzt. Ihr Kind wurde verletzt. 2 Stunden vor. Oh. Oh, no. Oh. Oh, no. Oh. 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 Okay, das ist bitter. Oh. Am Schießstand melden. Hä? Oh. Das... Ja, das... Das... Oh. Das ist nicht gut. Ich schaue mich trotzdem erstmal um. Überwachung. Das ist die Überwachung. Naja, damals war das noch ein bisschen übersichtlicher, glaube ich. Mhm. Warte. Okay. Und hier, Besprechungsraum. Hallo. Ich freue mich, dass ihr alle zu meiner Geburtstagsparty gekommen seid. Schön zu wissen, dass man so viele Freunde hat. Lasst uns jetzt die Partyhüfte aufsetzen und feiern. Ich streie dich, wie der